Müller-Martini ist ein internationales Maschinenbauunternehmen und wir beliefern die grafische Industrie seit über 70 Jahren mit hochwertigen Systemlösungen und Dienstleistungen. Früher haben wir die besten Maschinen gebaut und das war unser Differenzierungsfaktor gegenüber den Mitbewerbern wie auch gegenüber den Kunden. Heute wollen die Kunden mehr, sie wollen neben den besten Maschinen auch den besten Service. Wir gehen das so an, dass wir weltweit in der Nähe von unseren Kunden über 300 Servicetechniker positioniert haben, in den Werken über 50 technische Supportspezialisten im Einsatz haben, welche den Kunden 24 Sieben zur Verfügung stehen, aber auch die Ersatzteilverfügbarkeit, die sehr wichtig ist, wo wir so gelöst haben, dass wir weltweit drei Lager haben, wo wir über 100 Millionen Schweizer Franken Teile eingelagert haben und mit ausgebauten Logistikketten die Teile über Nacht zu den Kunden bringen können. Als Müller-Martini haben wir etwa 40 verschiedene Organisationen rund um den Globus und in der Vergangenheit haben diese Organisationen recht unabhängig voneinander operiert. Unsere Herausforderung ist sicher, wie bringe ich den richtigen Mann zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort und für das hatten wir bis dato keine Lösungen, die uns weltweit in diesen Ambitionen unterstützen. Also wie manche andere Firmen müssen wir schauen, dass wir mit weniger Personal besseren Service liefern können. Das gelingt uns jetzt. Wir haben neue Features drin, wie automatische Benachrichtigungen, also die ganze Automatisierung hilft uns eigentlich am Servicepunkt oder am Salespunkt besseren Service zu bieten. Vor der Einführung vom SAP Field Service Management hatten wir vor dem Auftrag keine Informationen über den Kunden sofort zur Verfügung. Was sich jetzt geändert hat, wir haben alte Aufträge, wir haben Ansprechpartner mit Informationen, die der Servicetechniker sofort auf seiner App hat. Also der persönliche Servicemoment als Sicht IT ist sicher die Transparenz, dass man viel mehr Informationen hat, dass es uns auch erlaubt, das Business neu zu gestalten, Prozesse anzupassen oder neu zu implementieren. Neben den direkten Kundenvorteilen haben wir natürlich auch intern klare Vorteile durch diese neue Applikation, die uns die Möglichkeit gibt, unsere internen Prozesse dort zu optimieren. Was früher teilweise Wochen gedauert hat, zum Beispiel bei der Zeiterfassung, können wir heute in Minuten erledigen. Wir haben gesamtheitlich erfasst, dass unsere Prozesse im Schnitt etwa um 54 Prozent effizienter geworden sind durch die Einführung dieser neuen Applikation. Also das sind massive Vorteile, die wir natürlich auch intern als Organisation entsprechend haben.